Eckerold attackiert Nagel. Das Motorrad auseinandergebrochen. Der neue Spitzenreiter Eckerold. Das war das, Martin. BenzimTV, Adel, zimmig's maß als Jauer! Wo ist eigentlich Henry? Wurde sie eigentlich gut von der Strecke abgebunden? Im Training nicht. Da haben sie erst mal 10-15 Minuten eine schwarz-weiß-karierte Flagge gesucht. Und ich drehe meine Runden. Wir haben morgen schon einen Motor gemacht. Den ersten Motorrad. Das gibt ein schönes Porridge mit Cornberries und Apfelmus. Und das gibt richtig Tinte auf dem Füller. Auf Startplatz 3 ist das Gefühl, dass da eine dabei war. Die war noch mal schneller. Da bin ich tatsächlich aufgehalten worden von so einem Typ mit einem 9-1-1 oder so. Was halten wir davon, dass nur die Geraden gekrubbert werden? Die Gerade wird gekrubbert. Und die Kurve hier, die ist so blank. Da ist keine einzige Rille und da wird nicht gekrubbert. Das ist ... Oh, ist das frustrierend, sich das anzugucken. Ah, da kommt er! Hier! Hier! Er sieht mich nicht. Ja, ne, Hoffnung stimmt zuletzt. Aber die Hoffnung, dass der Kollege hier mit dem Krubber vorbeikommt, die ist gerade gestorben. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Eckerold ist jetzt schon der neue Dritte. Eckerold attackiert Nagel hier wieder, der Innenwagen geht vorbei. Wieder die schnellste Runde. Das Aus für Eckerold, das Motorrad auseinandergebrochen. Das gibt's doch nicht. Der Rahmen ist durchgeführt. Ich bin an Max vorbei, das war so geil. Keine Ahnung, ich wollte halt vorbei. Und dann hab ich schon gesagt, komm scheiße, auf den Rest. Ich bin ja auch einmal hinter Max so weit gesprungen. Als ich da gelandet hab, kommt das Ding einfach weg. Das sahen war echt geil. Yo, Sauber, Junge. Alle glücklich, wenn man ein Fünfter wird hier bei dem Masters. Ich hab Stefan Eckerold gesehen, Mann. Ich soll nur noch Motorrad finden, was Stefan Eckerold handeln kann. Und dann? Ich bin härter als ein Stahlrahmen von uns fahren. Aber die Härte hat sich gerade verabschiedet. Anfang war ziemlich viel Hinterradbremse. Aber dann hast du das aufs Board gekriegt, glaube ich. Bremse und dann hab ich noch mehr Bremse gemacht. ADAC-MX Masters seit vielen Jahren kennt ihr zumindest meine Stimme am Mikrofon. Aber ja, auch ich komm so langsam in die Jahre. Und deswegen wird es Zeit, sich um entsprechenden Nachwuchs zu kümmern. Wir wollen uns einmal anhören, was die Talente von morgen, vielleicht heute noch nicht können. Eckerold vorne weg. Aber Lukas hängt sich hinten dran. Das ist ein klassischer Pro Sports Online Trainingstag. Eckerold innen rum. So eine Schräglage. Lukas Platt mit einem Megascrub. Da hat der Lecker fast geschniffen. Der Track kommt mit hoch. Eckerold außen im Anlieger. Er ist neben der Strecke. Macht ein paar High-Five mit Zuschauern. Guckt euch an, wie der Mann die Finger von der Bremse lässt. So viel Speed mit in die Kurve genommen. Typisch Lukas Platt. Moment mal. Ich habe gerade Hallo und Doppel gehört. Der Tommi Deitbach. Der vom Bierstand zurück. Und ist jetzt im Sprechertor. Eckerold starker Viertag. Und Lukas Platt bleibt auf der zehnten Position. Ich habe glaube ich so ein Findling vom Maia abgekommen gegen meinen Knie. Alter Falter. Der Leok ist so ein Tier. Er hat den ganzen so schlecht geholt. Wie schmeckt der Dreck? Lecker. Aber nicht so gut wie ein Gräbenbruch. Die C gegen Eckerold. 1,2 Sekunden. Der neue Spitzenleiter ist Eckerold. Toko Bar-to-Bar-Racing. Was für ein Fight. Von Lukas Platt weiter. Jetzt schon Fünfter. Jawoll, jawoll. Ich bin mir sicher, man hat es gesehen. Ich habe alles da reingesetzt, um zu führen. Ich dachte mir so, auch wenn ich tot bin nach 10 Minuten. Ich habe gedacht so, jetzt ist Redline. Wie lange hält er das so? So eine Hälfte vom Rennen. Ich habe so dermaßen das Lenkerpad und einen Helm gekriegt. Und bin über den nächsten Sprung komplett blind abgesprungen. Der Schaumstoff, der untere Schaumstoff hing irgendwie so genau über meinen Augen. Da habe ich in der Luft so einfach nach irgendwas gegriffen. So im Scrubben das Ding runtergezogen, gerichtet. Und dachte so, oh ja, geht ja noch. Und weitergekrosst. So geil. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Wir sehen uns in Holzgerling im BenzimTV. One out. Wir sehen uns in Holzgerling im BenzimTV.